Hey Leute, in diesem Video erfährst du, wie man eigentlich bei Windows 10 den Standby-Modus ausschalten oder auch richtig einstellen kann, wenn man zum Beispiel über Nacht etwas downloaden möchte oder der Schlafmodus einfach zu viel Speicherplatz benötigt. Wenn du Bock drauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Hierzu müssen wir zuerst einmal hier unten links auf unser Windows-Symbol draufklicken, dann auf die entsprechenden Einstellungen gehen, danach den Reitersystem auswählen und dann können wir hier auf der linken Seite jetzt auch noch Netzbetrieb und Energiesparen anklicken und schon sind wir bei unseren entsprechenden Einstellungen. Hier oben können wir entscheiden, wann der Bildschirm sich selber ausschalten soll, entweder im Akkumodus oder im Netzbetrieb. Hier kann man die entsprechenden Seiten einstellen oder auf nie klicken, also dass er sich nie ausschalten soll und hier unten haben wir den Energiesparmodus. Hier wieder das ähnliche Prinzip, einmal hier oben für Akkumodus und hier unten für Netzbetrieb, wann einfach der PC in den Ruhezustand wechseln soll. Auch wieder die entsprechenden Seiten oder ich wähle einfach nie aus. Wenn ich über Nacht jetzt irgendetwas downloaden bzw. auch ein Video uploaden möchte, was sicher einige paar Stunden dauert, dann kann ich den Bildschirm hier oben mal ganz normal anlassen, das funktioniert soweit und den Energiesparmodus hier unten sollte ich unbedingt auf nie umstellen, denn dann haben wir keine Schwierigkeiten, dass dieser Energiesparmodus unseren Download am Ende noch abbricht. Falls du jetzt jedoch noch den Schlafmodus deaktivieren möchtest, weil er dir einfach zu viel Arbeitsspeicher benötigt, dann gibt es hier natürlich auch noch eine Möglichkeit. Hierzu müssen wir wieder mal zu unserem Windows Symbol runtergehen, dieses Mal nicht keinen Linksklick mit der Maus, sondern einen Rechtsklick und dann öffnet sich nämlich hier auch schon die Möglichkeit Windows PowerShell als Administrator auszuführen. Eventuell kann ja auch stehen Eingabeaufforderung als Administrator und hier klicke ich jetzt mal drauf. Wenn sich unsere PowerShell geöffnet hat, dann gebe ich einfach einmal Power CFG Leerzeichen Minus H, Leerzeichen Off ein und dann bestätigt das Ganze noch bei der Tastatur mit der Enter-Taste. Wir sehen, es passiert eigentlich nichts, da kann man wirklich nichts sehen, aber jetzt hat sich der Energiesparmodus nämlich komplett deaktiviert. Falls ich es mir jetzt aber doch wieder anders überlege und ich möchte das Ganze wieder einschalten, dann erneut Power CFG eingeben, Leerzeichen Minus H und dieses Mal nicht Off, sondern On und ich kann es wieder mit der Enter-Taste bestätigen. Wir sehen wieder, es passiert wieder nichts, jedoch ist jetzt der Schlafmodus wieder aktiv und ich muss hier nicht irgendetwas speichern, sondern kann das Ganze einfach schließen. Und somit haben wir jetzt auch schon bei Windows 10 den Standby-Modus richtig ausgeschaltet und vor allem auch gesehen, wie wir ihn richtig einstellen können. Wenn du dir übrigens das derzeit beliebteste PC-Zubehör im Internet einmal anschauen und vielleicht auch etwas davon zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon zu den beliebtesten PC-Zubehörprodukten. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast.